ja wir haben das material gleich und der fängt auch endlich an gott sei dank so Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, drei Gewächshäuser. So, drei Gewächshäuser. So, drei Gewächshäuser. So, drei Gewächshäuser. So, schaffen wir es jetzt oder schaffen wir es nicht? Oh Gott, jetzt sind wieder so viele krank. Ach, warte mal, kannst du ahnen, dass die Betonfabriken da jetzt reinhauen? Die brauchen das doch, glaube ich, alles. Nein, die brauchen das nicht. Oder es wird jetzt gerade geplündert für die... Ja, Beton brauche ich hier auch. Oh, da sind die Fabriken da aus. Doch, da bei. Ach, der braucht Sand. Und daran liegt's. Ich hatte keinen Sand, um das herzustellen. So, müsste aber jetzt funktionieren. So, wir müssen uns dann ebenen. Ja, die ist die Frage. So, das ist das. Okay. So, da sind die Frage. So, wir müssen uns dann gleich. Amen. 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 So, ich habe mir in der Zeit jetzt tatsächlich einen Kaffee geholt und es ist nicht ein Gebäude fertig. Wahnsinn. Ach, das ist fertig, sehr gut. Das braucht so ein Ding an Strom. 500. Dann reicht eine Mühle auf jeden Fall mal nicht. Solarkollektor, aber dafür brauche ich ja trotzdem wahrscheinlich Strom, oder? Kostet gar nicht mal so viel. Okay. Okay. So, Handel wird abgeschlossen. Achso, ja. Die, ich wollte sagen, die müsste doch bestimmt Elektronik haben. Ich habe gerade für dich in die Formen geöffnet. Ich habe gerade mit dem Ärzten gesprochen. Ich habe gerade mit dem Ärzten gesprochen. Alles mal ein bisschen mit dem Bauen. Ein schönen Tag wünsche ich. Ich freue mich mal wieder hier sein zu können. Ich habe eine ganze Reihe an super tollen Sachen für dich eingepackt. Schau doch mal, ob du an irgendetwas interessiert bist. Das wäre... So, okay. Was wollte ich jetzt wieder für eine... Was ist das? Eine Standfackel bauen. So, das dürfte ungefähr... Zwölf Stück sein. Ah gut, da kümmert sich jetzt jemand drum. Okay. 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 Jetzt brauche ich wieder mit Metall hier. Okay. 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 ja gut da kommen die leute zurück und die haben wahrscheinlich das glas dann auch sondern da fehlt es noch sie haben ja stoff kann ich ohne probleme wieder herstellen die masken kann ich ihm geben ich glaube ihr habt verstanden ja wart ab hier ist er wieder der grandiose einmalige unglaublich und wieder einmal ja schrott habe ich genug das funktioniert die werkzeuge das geht auch baut das gebäude hier fertig da kommt endlich der letzte so teilweise geht das mir hier echt auf den sack als schrottstoff gut da ist nix drin was ich jetzt großartig brauche ach gleich haben wir es ich glaube die dinger hier sind wirklich fertig bevor die bevor die hier das restliche glas produziert haben ja da kommt er ja schon ich bin mal gespannt was er jetzt mit trägt ich bin mal gespannt was er da mit do ich bin mal montiert aber ich habe mir eine kleine 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 kleineijoite und nun gibt es noch einen kleinen kleinen kleine 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 jullie so es geht auch um volle hier ich bin mal hier Ah, Mann. Nee, drauf bleiben und einfach ziehen, das funktioniert leider nicht. Gut, das geht. Gut, das geht. Habt ihr das gesehen? Da stand Arbeitskraft 0 verfügbar, obwohl ich 40 Baumeister frei hatte. Jetzt wo ich hochgegangen bin, auf einmal geht's. Ja, jetzt steht da auf einmal, überall da wäre jemand. Und Sülzerm. Ach. Komm bald euch. Alter, wo ist denn die? Wo ist der Bauarbeiter? Ah, da. Hallo. Hallo. Ach so, ich werde einfach direkt daneben geportet. Okay, zwei Stück haben Strom, es fehlt nur noch einer. Nein, da fehlt noch ein einziger. Ja, ich habe es gewusst, das ist zu gut gelaufen wieder mal. Ach so, ich habe mich gerade verdrückt. Hier, Stromast wollte ich. Als nächstes bauen. Oh, Alter. Das sind meine Nerven. Ja, eine Stromast geht mir jetzt noch so auf den Sack. Okay. Okay. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ihr verarscht mich doch jetzt hier. Das ist doch jetzt echt ein Witz, oder? Ja. 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 Ich glaube, da ist noch kaputt, der ja angeblich überladen wäre. Wenn wenigstens die 100 Baumeister auch etwas machen würden... Nicht beschäftigt, es ist ja nichts, als ob es nicht genug Arbeit gibt. Ich habe das Gefühl, es ist ja nichts, als ob es nicht genug ist. Die müssten sich eigentlich auf alles draufstürzen hier. Die müssten sich eigentlich auf alles draufstürzen. Die müssten sich eigentlich auf alles draufstürzen. Das ist ja klar, dass jetzt eh schon alles kaputt ist und jetzt kommt mal noch ein Sonnensturm. Ja komm, mach noch ein bisschen was kaputt. Jetzt reicht's. Ich glaub, wenn ich da jetzt nix mache, dann wird das nie fertig. Kann doch nicht Sinn, dass da nur ein einziger Typ da was macht, oder? Okay. 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 Und das sind schon ein paar Stück, die wieder repariert sind. Gott sei Dank. Es geht. Es geht. Das war's für heute. klasse wir haben es geschafft warten habe ich das habe ich das auf den niedrigsten schwierigkeiten oder was wieso das überlebensmodus szenarien die okay die haben gut okay nein hier das können errungenschaften freigeschaltet werden die sich auf szenario beziehen und sowas also es geht es ist einfach nur weil es ein dlc ist ist da nichts gut ich habe gerade gedacht mein gott das war anstrengend das war wirklich anstrengend rücken an rücken wir haben es geschafft gut mein gott dann ist auch dieses szenario vorbei leute und wir sehen uns beim nächsten szenario wieder bei terraformers geht es jetzt noch mal in den weltraum also macht's gut und bis dann so und Untertitelung des ZDF, 2020